Das heißt, wenn ich an denen vorbei möchte... Vielleicht war er blind von jedem... Okay, ich muss einmal gucken, ob wir neue Pornos haben, bitte. Ayaka, die haben wir schon gesehen. Iryona, Ayu, Ay, Maika, Nanase? Nanase kennen wir, glaube ich, noch nicht. Lass mich mal kurz gucken. Gibt bestimmt einen Erfolg, ne? Kennen wir Nanase schon? Nee, Nanase kennen wir noch nicht. Hallo Nanase. Das ist so schlecht, ne? Oh, hübsche Kette. Boah, das ist ja in Asien wirklich so ein Ding, ne? Dass du... Oh Gott. Äh, dass du dir... Äh, mach mich bitte nicht älter als ich bin, ja? Bitte, mach mich nicht älter als ich bin. Boah, nur süchtig. Nee, ganz ehrlich, dann würde ich hier nicht streamen. Hätte ich gerade andere Dinge zu tun, du. Aber... Äh, ich muss mal gucken, ob wir neue Pornos haben, hätte das klicken sollen. Kannst du ja immer noch. Wie, wo, was hab ich verpasst? Ich guck gerade, ob wir neue Pornos haben. Ähm... Also Nanase kannten wir noch nicht. Und das ist ja in Asien wirklich so ein Ding, dass du die Kontaktlinsen reinmachst, damit die Augen halt noch größer aussehen. Schon krass. Puh. Sehr gut. Ich hab das nur gemacht, damit meine Energie aufgeladen ist. Ganderas Klöck? Huh? What are you looking at? Do I got something on my face? No? Sorry, I wasn't really... Huh? Look, if you wanna say something, just get on with it. Yeah. It's just that you're an unusual customer. Was? Lara sucht neue Pornos, das hört sich so falsch an. Auf vielen Ebenen. Trotzdem bin ich erst 33. How's that? You just seem to be confident and stylish, not the kind of man who might be interested in our shop. And that's why you are staring at my face? I'm sorry. Sumimasen. I'm a guy like any other. I like to look at pretty girls. That's so rashering to hear. Different as we seem, we are both just guys after all. All of mankind are just brothers and sisters and all that. Well, if you ever feel like you could use some time to relax, just come to our shop. We'll be waiting. Sorry. Danke. Oh, okay. Ah! Wir können jetzt mit ihm auch eine Freundschaft aufbauen. Mit dem Typen aus dem Pornolan. This could be the beginning of a friendship. Yep. Übersetzen wäre schon. Ach, ja. Äh, okay. Äh, ab dem nächsten Dialog übersetze ich wieder. Hast du denn ansonsten hier schon ein bisschen Englisch gelernt? Oh, Gott. Mr. Libido Habu. Ih, das ist doch der, der... Oh, Gott. Das ist doch der, der in der Diskothek da... äh, nicht in der Diskothek da, in dem Kabarett da getampst hat. Der Yatta-Typ. Oh. Huh? Sotten bodies, Mr. Libido. Ich nenne ihn nur noch der Yatta-Typ. I knew it. Ich wusste es. What are you talking about? Worüber reden sie? I could tell we were birds of feathers. You and me. Äh, ich wusste es. Wir sind die Federn eines... des gleichen Vogels. Du und ich. Not likely. Nicht wirklich. I ain't half of starved for a lady's attention as you, Paul. Ich bin nicht mal halb so schlimm, wenn es um die, ähm, um die, äh, nicht Zuwendung, äh, um die Aufmerksamkeit von Mädchen geht. Junger Freund. Mir ist schlecht. Wieso? Ein bisschen. Das ist sehr gut, G-Man. Dann habe ich wieder mal meinen Bildungsauftrag erfüllt. Äh, Katzi. Muss das sein? Der Typ in den Pampers. Ist der Yatta-Mann. Alter, hol dir nen... Nv. Hahahaha. What were you s... Was skulking around here for then? Warum bist du denn hier so rumge... rumschlawinert? Just shook hands with the ham cu... With the ham cucumber. Or is the... Is... Or is the five knuckles shuffles still to come? Oh Gott. Okay, also... Warum schlawinerst du sonst hier rum? Hast du nicht einfach mit deiner Hand die... Ich übersetze wörtlich... Schinken... Gurke... Geschüttelt? Oder... Ja, fünf gegen Willi gespielt? Komm schon. Give me a friggin break. Gib mir eine verkackte Pause. Come on, let's be honest, hm? Komm schon. Sei mal ehrlich. Oh... Well, I was... Naja, ich war... Oh yeah. Hm... I was actually scoping out the competition. Ich hab einfach nur die Lage gecheckt. Warum tanzt der so? Das macht mich nervös. Ich glaube, das ist ein Easter Egg, was wirklich auf diese Yatta-Typen... Was ich das letzte Mal schon... Schinkengurke. Ja, Schinkengurke. Äh, Kukumba ist Gurke und Ham ist halt Schinken. Geil! Ist halt, äh, die Schinken-Gurke. Übrigens hab ich neue Sounds. Also für mich... Einen neuen Sound. Äh, die anderen beiden sind halt zu lang, deswegen habt ihr die nicht. Hm? The competition? The competition? Die... Ähm... Auswahl? Ah. Ja, I got this nickname. Ja, ich habe diesen, ähm, nickname. The Lord of the Night, der Herr der Nacht. Gotta check out the service at all sorts of places, even if it means dropping my own coin. Ich muss mir halt überall so ein bisschen, äh, die Sachlage, äh, einen Überblick verschaffen über die Sachlage. Ähm, und selbst wenn ich dafür selber bezahlen muss. Hm. If you say so, wenn du das sagst. How about you? Wie, was ist mit dir? What are you doing here then? Was machst du denn hier überhaupt? I heard they got in the video for a girl I've had my eye on a while. Okay, ich habe, ich habe gehört, dass sie das Video von einem Mädchen haben, auf das ich schon lange ein Auge geworfen habe. So I race down here to check it out. Also bin ich hierher gerannt, um es auszuchecken. Got your ear to the ground, huh? Hast, äh, deine Ohren überall, was? I can't wait any longer. Ich kann gar nicht länger warten. I've got to see it now. Ich muss es jetzt sehen. Hey, the streets are no place for getting your freak on. Mann, die Straße ist nicht dafür da, dass du hier so freaky rumgehst. Aber wenigstens hat er Schuhe an. Dammit, man. What with all the moaning. Sag mal, was ist denn mit dir los und dieses ganze Gestöhnen? Puh. Now, that's what I call Image Training. Das nenne ich Image Training. Okay, time for another round. Okay, nächste Runde. What? You're good to go again? Was? Du kannst direkt nochmal? I'm pretty sure that ain't normal. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht normal ist. How do you even get that kind of staying power? Wie hast du überhaupt so eine Standkraft? Also wie kann das sein, dass du so eine Standkraft hast? Bezahlen muss er. Die Frauen sind schließlich nicht blind, sondern Dienstleister. Ja. You want to know the secret? Du willst das Geheimnis wissen? Himitsu? I'll let you in on it. Ich werde es dir vielleicht verraten. Ah, it's no good. Okay, das ist nicht gut. I can't wait any longer. Ich kann nicht länger warten. I need to slam the salmon real bad. Ich muss den Lachs ganz schön würgen. Also, ich... Ja, der Lachs muss rein, ne? Be seeing you. Wir sehen uns. Ja, er muss mal eben den Lachs schütteln gehen. Guess it takes all sorts, hm? Ich denke, es gibt so die verschiedensten Sorten. I wonder if I'll run into that weirdo again. Mal sehen, ob ich mal wieder in diesem komischen Typen... Also, ob ich diesem komischen Typen noch mal begegne. Oh Gott, jetzt bauen wir mit ihm auch eine Freundschaft auf. Bitte nicht. Mr. Libido. Kinda hoping I don't. Ach, ich hoffe irgendwie das nicht. Das hoffe ich auch. Jetzt guckt sie so komisch in die Kamera. Verrückte Frau. Okay, das sieht richtig übel aus. Er ist weg, er ist weg. Where the hell he disappeared to all full of holes. Er ist verschwunden mit all den Löchern in sich drin. Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur die Verkaufung von Lee. Lee? Hey, du kennst dich hier. Lee? Wo ist es? Lee? Lee? Ich bin jetzt der Krankenhaus. Was? Das ist der Herr? Das ist ein Patient? Die Menschen in diesem Bereich kommen alle meine Krankenhäuser. Ich habe auch schon mal die Krankenhäuser gebracht. Wo ist die Krankenhäuser? Aber... Aber... Ich bin der Lieber der Lieber. Du bist eine Frau von Makoto hier? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich habe die Frau geholfen, und ich will dich zu treffen. Du bist der Krankenhaus. Du bist der Krankenhaus. Ich weiß nicht. Ich bin der Krankenhaus. In der Nürnberg in der Nordkart. Was will ich für dich nicht tun? Ich werde nicht mehr spielen, ich kann nicht mehr spielen. Lass es. Ah, was hat er getan? Was? Okay, der Ort heißt Jambalaya und ist so ein Mayong-Treffpunkt. Der große Typ mit den Schusslöchern sollte da sein. Seid mir nicht böse, aber ich muss echt mal pipi. Ich muss echt mal pipi. Ich krieg mal kurz.